Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um das vielleicht beste Wireless-Mikrofonsystem für das Smartphone, das Rode Wireless Go 2. Und dieses Mikrofon bietet so einige Vorteile, um die es hier in diesem Video gehen soll. Und ich bin echt begeistert von diesem Teil und vor allem von der einfachen Nutzung am iPhone. Das Spannende bei den iPhones ist ja, die Bildqualität wird immer und immer besser. Und wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Videoproduktion auseinandersetzt und gerade mit dem Smartphone, da geht schon einiges. Aber meistens ist der Ton so der kritische Faktor. Das heißt, wir stehen vielleicht an einer viel befahrenen Straße, möchten ein Interview drehen. Und wenn wir nur einen Meter, vielleicht anderthalb Meter weit weg sind, schon können wir die Person vor der Kamera fast gar nicht mehr verstehen. Und gerade wenn wir Online-Inhalte machen, wollen wir natürlich schnell produzieren, auf dem iPhone recorden, auf dem iPhone bearbeiten und veröffentlichen. Und da kommt es natürlich dann auf eine gute Tonqualität auch an. Und da kann eben so ein Wireless-Mikrofon Abhilfe schaffen, denn wir haben weiterhin das normale Recording mit unseren einfachen Prozessen auf dem Smartphone. Und das Mikrofon kann aber separat positioniert werden. Das heißt, das Mikrofon kann kabellos eben einfach der Person hier angesteckt werden, die sprechen soll. Und damit haben wir eine gute Tonqualität, weil eben die Mikrofonquelle, also die Signalquelle, die Person, die spricht, ganz nah dran ist an der Mikrofonkapsel. Und damit können wir eben für eine gute Tonqualität sorgen. Aber was macht dieses Wireless-Mikrofon jetzt so besonders, auch vielleicht im Vergleich zu anderen? Ein Merkmal, das direkt ins Auge fällt. Wir haben hier zwei Sender, das sind diese beiden hier, und einen Empfänger. Die kann man daran unterscheiden, dass der Empfänger ein entsprechendes Display hat, wo wir auch entsprechend die Ausschläge sehen von unseren Sendern. Und hier kommt dann eben beides an von diesen beiden Mikrofon-Sendern. Und das Schöne bei den Teilen ist, wir können dementsprechend jedem einfach so einen anklipsen, denn wir haben hier auch schon eine verbaute Mikrofonkapsel drin. Das heißt, das einfachste Setup ist tatsächlich einfach diese beiden Teile. Natürlich, man muss sie entsprechend aufladen. Die haben interne Akkus, über USB-C kann ich sie laden. Die kann ich dann einfach den Personen anklippen. Das hier stecke ich an mein iPhone, und dann kommt hier das Signal von diesen beiden Mikrofonen an. Natürlich, ich kann auch nur mit einem arbeiten, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, mit zwei zu arbeiten. Und wenn vielleicht bei dem einen dann irgendwann der Akku leer ist, kann ich natürlich auch auf das andere entsprechend wechseln. Ich habe aber nicht nur die Möglichkeit, die hier drin verbaute Mikrofoncharakteristik zu verwenden. Das heißt, ich kann es wirklich hier einfach anstecken, und in dem Clip drin ist schon ein Mikrofon verbaut. Das ist auch in Ordnung, das ist wirklich gut, man kann es gut verwenden. Gerade im Vergleich zum internen Smartphone-Mikrofon sind es natürlich schon Welten. Aber ich habe eben zusätzlich noch die Möglichkeit, hier mit Klinke auch entsprechendes Mikrofon anzuschließen. Von Rode gibt es hier zum Beispiel das Lavalier Go-Mikrofon. Das gibt es in schwarz und in weiß, je nachdem, was man vielleicht auch trägt. Und dann kann ich mir das einfach hier anklipsen, und habe so auch nochmal eine andere Möglichkeit, eben eine Tonübertragung zu machen. Und ich habe diesen riesen Clip eben auch nicht hier oben am Kragen, sondern ich kann den eben auch in der Innentasche oder am Gürtel oder sowas haben und hier eben dieses Ansteckmikrofon oben tragen. Aber es ist deutlich schlichter. Des Weiteren kann ich diesen Clip auch nehmen und hier zum Beispiel in dieses Interview-Kit einsetzen. Dafür kann ich das einfach hier oben reinklippen, und dann habe ich hier quasi die Möglichkeit, einfach so Interviews zu machen, das hier reinzustecken. Und schon sieht das aus wie so ein Handfunksender. Also es sieht eigentlich jetzt so aus, als wäre ich hier professionell beim Fernsehen unterwegs. Nichts, nur ist das einfach nur ein Plastikstab. Und jetzt wird hier diese interne Mikrofoncharakteristik eben wieder genutzt. Und so habe ich die Möglichkeit, hier Leute zu interviewen und in der Stadt unterwegs zu sein beispielsweise. Das kann ich mir natürlich dann parallel zusätzlich anstecken. Und so habe ich die Möglichkeit, dann Leute zu interviewen und parallel noch selbst gehört zu werden. Also das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten. Sicherlich gibt es auch noch weitere. Man kann auch andere Mikrofone hier anschließen. Aber das sind so die normalen Einsatzzwecke. Was braucht man gegebenenfalls noch als Zubehör? Wenn man es am Smartphone nutzen möchte, gibt es entweder die Variante per USB-C auf USB-C, weil wir haben ja hier einen USB-C-Ausgang, das Ganze anzuschließen. Oder wenn man mit dem iPhone arbeitet, USB-C auf Lightning-Kabel zu verwenden. Denn wir nutzen hier nicht den normalen Klinkenausgang von dem Empfänger, sondern wir nutzen den USB-C-Ausgang von dem Gerät. Und das wird dann mit einem entsprechenden Kabel, das kann ich gerne verlinken, wird das entsprechend mit dem iPhone verbunden. Und so bekommen wir quasi auf einem direkten digitalen Weg, ohne dass jetzt das Ganze über das Klinkensignal hier läuft, in das Smartphone und in die jede beliebige Smartphone-Kamera-App, die wir hier entsprechend aufhaben. Das heißt, das Gerät wird per USB-C auf Lightning angeschlossen und kann direkt auch am Smartphone in den entsprechenden Apps für die Videoaufzeichnung verwendet werden. Zudem habe ich ja jetzt hier noch einen Klinkenausgang dran. Wenn ich die Funkstrecke beispielsweise an einer Kamera nutzen möchte, dann nutze ich das Klinkensignal und arbeite damit ein Klinken-Klinkenkabel, das auch im Lieferumfang enthalten ist, beziehungsweise das im Lieferumfang enthalten ist. Dieses zusätzliche Kabel USB-C auf Lightning ist eben nicht im Lieferumfang enthalten. Aber das im Lieferumfang enthaltene Kabel kann ich natürlich bei einer Kamera verwenden, um da dann die Funkstrecke an den Mikrofoneingang anzuschließen. Hier habe ich aber jetzt einen zusätzlichen Einsatzzweck und zwar kann ich dieses Klinkensignal hier nutzen, um einen Kopfhörer anzuschließen. Denn ich habe ja am Smartphone jetzt nicht parallel noch einen Kopfhörer. Ich habe nur meinen Lightning-Anschluss bei allen neueren iPhones und dementsprechend habe ich jetzt hier einen zusätzlichen Klinkenanschluss. Und da kann ich mir jetzt einen Kopfhörer anschließen, um eben den Ton zu kontrollieren, der hier von den entsprechenden Funkstrecken kommt. Zudem habe ich hier auch die Möglichkeit, eben das Ganze auf so ein Stativ zu packen. Das habe ich jetzt hier mal symboliert mit so einem kleinen Rig. Hier kann ich das iPhone ein bisschen besser anfassen. Habe auch nicht das Problem, dass ich hier aus Versehen irgendwo drauf tippe. Und ich komme hier nicht so schnell eben auch vor die Linse mit den Fingern. Zudem habe ich hier oben dann entsprechend die Möglichkeit, drei Einsätze sozusagen, drei sogenannte Cold Shoes. Also quasi wie so eine Art Blitzschuh, nur ohne die Funktionalität eines Blitzschuhs. Und da kann ich eben die drei Teile hier einfach so draufsetzen. Das kann ich ja einmal hier machen. Und dann sieht man schon, das ist schon extrem praktisch, dass ich die drei hier so unterbringen kann. Zudem, wenn ich jetzt nicht so ein ganz so großes Setup haben möchte, habe ich mal hier noch ein weiteres hingesetzt. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich eben ein bisschen kleiner unterwegs sein möchte. Hier habe ich nur einen von diesen Schuhen oben drauf. Und da kann ich mir dann entsprechend hier entweder die Sender auch drauf machen. Aber eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich würde man hier dann jetzt den Empfänger drauf machen und den hier so reinsetzen. Das sind immer diese Clips, die man sich dann eben auch an die Kleidung machen kann. Die aber auch in so einer Blitzschuh-Halterung in Anführungszeichen da gut drin halten können. Jetzt möchte ich mal eine kurze Testaufnahme machen. Ich habe hier das Gerät jetzt gerade verbunden. Den anderen Sender habe ich nicht verbunden. Und jetzt mache ich einfach mal die normale iPhone-Videoaufzeichnungs-App hier auf und starte mal die Aufzeichnung. Und jetzt hört man hier von diesem Mikrofon das, was direkt hier am Smartphone in den Einstellungen, in der normalen Kamera-App vom iPhone eben aufgezeichnet wird. Und so kann man dann die Tonqualität hier erwarten. Klar, man kann dann mit einem anderen Mikrofon, bekommt man natürlich die Charakteristik von dem jeweiligen Mikrofon. Ich kann es noch einmal da reinsetzen. Also jetzt wieder die normale Studioton-Qualität, sonst würde man jetzt hier alles vollknistern hören. Aber so klingt jetzt hier das Mikrofon entsprechend, wenn ich es hier in diesem Interview-Kit verwende. Und das ist tatsächlich auch cool, weil ich bekomme ja jetzt hier wirklich das Signal direkt in mein iPhone. Und wenn ich jetzt das Bildsignal hier vom iPhone nutzen würde, könnte ich eben das direkt schon für die Veröffentlichung nehmen. Also das wäre jetzt so eine Aufzeichnung direkt mit einem Sender. Klar, ich kann jetzt noch den zweiten Sender hinzufügen. Und da habe ich dann auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. So, wieder auf den Studioton, um dir noch einmal deutlich zu machen, was gibt es für Möglichkeiten jetzt hier? Ich kann nämlich am Empfänger auswählen, ob ich mein Signal von beiden Mikrofonen stereo haben will oder jeweils mono-separat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Videokonferenz mache oder einen Livestream mache oder ein Video, was ohne Nachbearbeitung direkt veröffentlicht werden soll, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn von beiden Mikrofonen A und B das auch auf beiden Audiospuren links und rechts landet. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wir haben, wir werden den Kopfhörer aufhaben. Auf der linken Seite haben wir eine Tonspur, auf der rechten Seite haben wir eine Tonspur. Und das können wir jetzt entsprechend abbilden. Und entweder es landen beide Mikrofonen auf beiden Tonspuren oder es landet eben das eine Mikrofon auf der rechten Tonspur und das andere Mikrofon auf der linken Tonspur. Und damit haben wir die Möglichkeit, das dann im Videoschnitt separat auch zu bearbeiten. Das heißt, wir können es da dann voneinander trennen und separat diese beiden Tonspuren bearbeiten. Und das gibt uns eben die Möglichkeit, dass wenn die eine Person sich gerade hier irgendwie kratzt, aber gerade nicht spricht, dass wir dieses Mikrofon in dem Moment dann gerade ausschalten können und nur das Mikrofon an ist, wo tatsächlich die Person gerade spricht. Und damit natürlich nochmal eine höhere Produktionsqualität auch erzeugen können. Also das ist eine gute Möglichkeit. Wenn wir eine Nachbearbeitung haben, dann können wir einfach hier auf der Rückseite, können wir hier das entsprechend uns anschauen. Wir können hier diese beiden Buttons gleichzeitig drücken und dann wird das Signal eben aufgeteilt. Und wir haben dann einen rechten und einen linken Kanal, wo die ja einzeln zugeordnet sind. Oder wenn wir länger drücken, wird das dann auf diesen Stereo-Kanal abgebildet. Zudem können wir hier auch noch die Lautstärke steuern. Bei mir habe ich jetzt tatsächlich die besten Ergebnisse erzielt, wenn ich die Lautstärke von der Funkstrecke aufs Maximale stelle. Also wenn ich wirklich da maximalen Output einstelle von der Funkstrecke, kannst du aber bei dir einfach mal ausprobieren. Je nachdem, was du für eine App auch verwendest, je nachdem, ob du auch ein iPhone verwendest, kannst du mal schauen. Das ist so ein bisschen Spiel, was die Lautstärke angeht, was wir hier aus dem Gerät rausholen per Audio eben in das Smartphone. Wie gesagt, diese Möglichkeit besteht. Man kann es beides dann auf eine Stereospur setzen oder eben parallel auf zwei Monospuren nutzen. Und wir haben aber zusätzlich noch eine coole Möglichkeit. Und zwar können wir, wenn wir die Geräte anschließen an den Computer und mit einer Rode-App entsprechend aktivieren, dann können wir die Möglichkeit hier haben, dass auf den Sendern mit aufgezeichnet wird. Das heißt, wir bekommen hier auch einen kleinen Indikator am Empfänger, auf dem Display, das jetzt gerade hier dieser Sender auch intern mit aufzeichnet. Das heißt, wir haben dann auch nochmal backupmäßig eine Audio-Aufzeichnung, die hier auf dem Gerät selbst landet. Und das kann ich dann per USB-C zum Beispiel an den Computer anschließen und mir diese Audio-Datei auch raus exportieren, damit ich diese dann wieder in meinem Schnittprojekt auch nutzen kann. Beispiel, diese Roadfunkstrecke ist nicht ideal geeignet für lange Strecken oder wenn eine Person nicht im gleichen Raum ist wie der Empfänger. Dann kann es schon mal zu Unterbrechungen kommen. Aber diese Unterbrechung ist eben nicht auf der Audiospur drauf, die hier lokal recorded wird in dem Sender. Und dementsprechend kann ich, sollte ich so eine Unterbrechung haben und ich das nochmal nachbearbeiten wollen, dann kann ich mir hier auch die Audio-Datei entsprechend rausholen und dann eben unter das entsprechende Video drunter legen. Das war es mit diesem Video. Wie gesagt, ich bin sehr begeistert von dieser Funkstrecke. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Einblick geben in diese ganze Thematik. Es gibt viele Funkstrecken, die man auch am Smartphone nutzen kann. Aber aus meiner Perspektive ist die Road Wireless Go Funkstrecke wirklich eine, die man sehr, sehr einfach da nutzen kann. Schau gerne unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dir zum einen die Funkstrecke, aber auch die entsprechenden Zubehörteile hier verlinkt. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.